Prozent Prozent alle fettel gemütliche Gruß von mir auf vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Paragon und wie immer ein paar Worte ich natürlich nicht alleine der gute Prime ist auch dabei die Leute was geht ich bin auch mit am Start und wir haben sogar noch zwei Abonnenten mit dabei der eine läuft hier und Prozent der andere nicht das ist der Glutschi der andere ist der andere steht noch da oben gut dann würde ich sagen also ich bin heute mal kein Memor ich habe mit dem schon zwei ganz gute Runden gezockt hat so richtig fun gemacht mit diesem Charakter und deswegen dachte ich nehme ich dabei einfach mal gucken wir mal was wir da mal so anstellen können und wir gehen als erstes natürlich mal wieder in den Jungle so gut da bin ich mal gespannt was wir da für Gegner haben ob es läuft oder nicht werden wir sehen guck mich mal bitte an das sieht so komisch aus wenn du so langsam gehst aber die Charaktere haben halt nur eine Animation fürs gehen und das ist die Schnelle und dann rennst du quasi auf der Schnelle ich bin der neue Michael Jackson ah da hat er ihn mir da hat er ihn mir einer da nimm das ich bin der übelste Abstauberein ich will nicht mehr leben einfach so komm die darfst du beide haben ich hätte sie dir hören so den kannst du ja schon mal holen hol dir den anderen ja im Moment ich törfe gerade nicht so so du du machst es jetzt oh erstmal daneben schießen ist immer gut so wie viel Zeit ihr sicher verlässt du hm 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 gut ähm wir haben schon den ersten Tod kassiert warten wir noch mal bis die wiederkommen beide wärst dir denn ist schon tot wo wir lassen müssen äh gute frau ich habe mich wie kriegen wir das immer zeitlich gebacken so oft zu stehen müssen genau so kommt vor allem wenn wir nicht nur wo ist der denn geschoben alles klar ich glaube wir müssen gleich mal auf die Lens ja wir gehen da gleich mal hallo sagen aber du weißt ja ich verbessere mich wollen ja ich eigentlich auch so jetzt holen wir uns die also ähm alter er läuft vorbei ja links haben wir keinen und da meint hier wer ist das gadget oder so ja wir können da gleich hingehen ne ist bei uns also so ich schnapp mir die beiden kleinen nur den großen und den buff ja äh ja oder so da weißt du da ich hatte ja das gleiche problem dann eben so gut äh lass mal alter hat das bei dir gerade aufgeregt nö ich geh mal kurz hier links rüber hallo ja wohl erst mal dreimal daneben schießen alles klar zu viel zu viert was ist nun los da gibt es aufs fressbrett dann habe ich hier geholt man ja eigentlich schon okay alles klar es ist es hängt schon wieder ich steuer hart auf die 24 diesmal ich muss mich ja verbessern so gut dann würde ich sagen gönnen wir uns mal genauso mit kinetik und kinetik übrigens hatte dir gefragt ob ich mal ein deck als zu kalari machen das wohl jemand wissen und ich arbeite da schon dran das wird die nächsten tage kommen ich will natürlich ein gutes deck machen deswegen muss ich mir da erst gedanken machen und gucken welche karten bringen was welche nicht für mal ist so zum spiel scheiße den halle brauchst du hilfe sonst würde ich geben in der mitte und ich bin gerade in den jungen gehören also für kalari braucht man auf jeden fall gut waren und abklingt zeit für verlängerung verkürzung nicht verlängerung okay hier ist das einfach so eine karte plus sieben prozent dingen ja scheiße so ich habe mich dazwischen geworfen jetzt kommt ja guck da wollte er mich hintergehen stil ist einfach stil los sage ich dir ganz ehrlich man kann doch im alter man kann doch auf der playstation schreiben bei einer hatte hier gerade geschrieben wie hast du das gemacht nicht ich aber nein mir hatte gerade hilfe geschrieben ja aber das kann man passt so auf nein nicht dass ich benötige hilfe sondern einfach nur hilfe also mit drei oder so war das lasst euch zurücktreiben ich bin doch gerade gar nicht auf voren guckst macht ihr gerade die habe ich keine chance aber ich beschäftige hier ist ja da schnappte tga ich wusste nicht ob ich da wirklich noch rankommen wenn ich dann nicht rangekommen dann wäre es scheiße gewesen dann hörst du nämlich auf zu schlagen ich komme nicht rechtzeitig an und sie ist weg ja gut das wäre dann passiert aber ich hätte meinen sprung gehabt von daher eigentlich egal naja ok das stimmt auch wir müssen mal ein bisschen sammler platz wo sind die gegner ich komme hier gerade links ist es großartig bin so geistesbilder gerade ja ich auch rampage ist links und die anderen beiden sind rechts links sind zwei sparo und rampage wieder sparo ist auch wieder links wieso ruht er sich da aus mit seinem stein ne momentan sieht er noch hier so aus gut ich gehe ein bisschen in den jungle ich will mich kurz verbessern dann bin ich wieder da alles klar ich nehm schon mal bescheid dass rechts verteidigt werden muss ich muss sagen kein mehr im jungle alter ultimativ hier mal ein bisschen das ist wirklich so eine kombo da haben die gegner keine gute chance ich hatte letztes eine runde heute mittag da war ich im jungle mit keinem also ich habe kein mehr gespielt und dann war noch ein anderer mit mir im jungle und sie haben einfach zu dritt unseren jungle gepusht direkt am anfang und wir haben die sie gekillt alles klar es gibt richtig heftige spiele ich hoffe die beiden nein warum warum gehst du denn da weg man er braucht so deine hilfe ich dachte gerade scheiße was habe ich gemacht wir müssen wir beide nicht helfen scheiße das ist nett gemeint aber ja jetzt haben wir gleich ein problem so dann müssen wir jetzt erst mal da macht er selbst gespräch zeigen ja komm herrs team leute greif es an was ist denn da los braucht ihr braucht ihr was oder was ich kann gerade nicht ich habe hier krux in der mitte helft mir ich kann nicht ich muss den abfangen glubschi bist du wo bist du ich bin in der mitte gerade ich werde immer gerne das deutschland glubschi bist du wo bist du so ähm ich hoffe die schaffen das da habe ich er ist da ok ich wollte gerade sagen habe ich ihn jetzt gesaved nein scheiße nightmare ist weg tut mir leid mal wo schreibt man ja hier komm alter zurück das sind zu viele nein scheiße shit ja ich brauche gleich dringend deine hilfe das problem ist mir geht mal raus aber ich habe noch genug achtung wie kommst du dir im jungle ne geh da raus schon gesehen ja ich geh raus geh dir in getreuen ok doch nicht die den ist bei dir gut sieht aber so aus als hätten sie sich jetzt alle ich zerlege eben paar minions dann habe ich kartenpunkte kommen gleich zurück ah ok rampage kommt an mit fern ja komm jawohl drei mann äh krux ist im jungle alter jawohl hier rampage sniper schuss boom zack alter nice er hat rampage und sparrow getroffen er wollte gerade noch an mich rankommen dieser kleine pisser ne alter hab ich geschwitzt das war wirklich knapp so jetzt machen wir das hier eben größter angriff und dann geben wir mal hallöchen sein ich glaube nicht wenn du kurz zeit hättest für die rechte thing ok steel haut wieder ab und krux kommt dazu guckst du mir da irgendwie festhalten ein bisschen auf dich drauf gehen oder so ich unterstütze ich mit allem was ich habe ich hasse es mit schützen gegen krux zu spielen er holt sich einfach aus das problem ist er kann sich ja die ich bin die müssen aufpassen wie wir das machen weil die wieder zusammen gehen das ist an sich als team gut nur für uns ist das natürlich scheiße und die gehen ist Achtung ja was die Achtung die gehen jetzt Achtung so ich habe immer ja hinter ihm hinter ihm ist schon Mörder ich wollte ihm auch fragen nicht dass er sich durch überrascht fühlt so gut ich muss auch sagen für mich ist das ein Problem wie gehen wir das am besten an warte oh Alter ich habe mich gerade erschrocken ich dachte krux kommt gerade an und will mich holen aber das war Gott sei Dank unser okay ich bin nie das ist geht hier du bist ja gar nicht geht hier Moment mal das können wir nicht machen wir können nicht alle fünf auf eine Lane ey ne ne das sollten wir auch nicht wir brauchen hier drei Leute das war ja die Verteilung ist irgendwie scheiße gerade hier wenn ich das mal so sagen darf ja ich weiß auch nicht weil geht hier geht irgendwie mal dann wo man ihn überhaupt nicht braucht so hier mal ein bisschen verteilen oder ja komm her mal was willst du die Lappen alter ich muss auch sagen bei mir gibt es äh ist das hier jetzt ein Premiere Video denn äh ich habe endlich ein neues Mikrofon yay also sorry wenn ich dir gerade nicht antworte weil du sprichst so leise ich verstehe dich was nicht wieso spreche ich schon wieder so leise ja du bist irgendwie so leise ich weiß auch nicht eigentlich habe ich im Vergleich zu letztes mal nichts geändert aber ich kann gleich mal gucken dass ich mich lauter mag holen wir gehen holen wir gehen ja verlieben so ich bin fast noch dran gekommen Alter wie mich das aufgeregt hat ich bin mal kurz zurück auf mich lauter schnell gut so ja was willst du herr komm rüber jeder mit uns ja wieder besser Achtung ja da solltet ihr eigentlich jetzt weg gehen aber ich will mich da jetzt nicht einmischen ja hab ich schon gesehen hab ich den keine Ahnung ja den hab ich bekommen gut ich wollte ihn jetzt nicht klauen aber ich wusste auch nicht wenn ich mich jetzt nicht einmischen nicht dieser stirbt und ich helfe mich hier sollten wir lieber ein bisschen zurück gehen Herr Glutschi ich könnte dir echt deine Hilfe gebrauchen äh ja ich komm rüber ich bin gerade eiskalt im Gruß vorbeigerangen ja vorsicht vorsicht fuck jetzt gehen alle auf ihn rauf nein komm zurück scheiße ok das ist echt diesmal hart Leute wir sind hier echt am schwitzen was das angeht weil die Gegner sich jetzt zusammentun weil sie gemerkt haben alleine haben wir hier nicht viele Chancen verpisst sich mit deinem Stein das darf nur Glutschi oh nein Stein ja dieser Ehrenpunkt gehört dir also was ich gerade gesagt hatte Achtung 2 Alter das gibt's nicht wir reden irgendwie haben wir häufig zusammen los ja das ist zwei dumme Gedanken ne das ist irgendwie so keine Ahnung 10 Sekunden Stille dann denke ich ja ok ich sag mal kurz was und dann fängts auch an zu reden das ist einfach jedes mal so ach so setz mal ne Miene falls du was da ist sie useful so gut also wir müssen die mittlere Strecke verteidigen ich muss erst mal hier hart auf den Sack kriegen kann gut sag du mir wenn die rüber gehen ja momentan haben sie kein Interesse daran rüber zu gehen so der hat gesessen ja komm her was willst du jetzt ist er jetzt ist er hier ok bei dir kommt man hinten krux ne pass auf ähm ok ja ich werde sterben nicht ich auch das ist doch auch die haben von vorne den Turm kaputt gemacht ne sorry wenn ich dich jetzt unterbrechen ich kill gerade Sparro und sag ich hab kein Mermer geholt kann man mal machen aber ich würde sagen läuft bei mir heute das war richtig scheiße die sind von vorne zu zweit und den Turm kaputt gemacht und hinter mir vor auf Krux dass ich nicht abholen konnte ja das Problem ist die sind gut okay von hinten greifen wir drei Leute an drei Leute greifen Gideon von hinten an das läuft diesmal gar nicht gut scheiße man wieso waschen die denn überall durch wir sind hier kein gutes Team ne irgendwie nicht oh ich dachte gerade mein Spiel kackt wieder ab oh scheiße man das wäre echt mies gewesen so mal gucken ja komm die du da lang ich bring die von da Alter ich wollte gerade ich wollte gerade wieder anfangen was zu erzählen und dann kommst du und sagst auch wieder es tut mir so leid man Mann ey was ist denn hier los ich halte jetzt einfach die Fresse ich bin jetzt die ganze Zeit still das wird jetzt immer noch gehen nein das brauchst du nicht ich wollte nur einmal kurz sagen weil du mich vorher nicht verstanden hast ich hab ich hatte gesagt dass das bei mir jetzt ein Premiere Video ist weil ich endlich ein neues Mikrofon habe yay oh nice alles klar okay wir sind jetzt gerade einmal hier lass mal nach rechts gehen würde ich sagen wenn ich noch reden würde ne warte von hinten kaputt ja ich sehe es boom Sniper Schuss ich bin auf dem Weg man aber den hol dir sie ist tot ja ich bin auf dem Weg sag ich auch hier tun wir die töten ja den kriegst du ähm ja ich wollte die ihnen die eigentlich erst lassen aber dann hat er sich weggecharged ne ne wie ich sagte einfach Gegner töten scheißegal wer den hat hauptsache wir gewinnen das das ist hier das wichtige gut außer natürlich ich bin allein mit einem Gegner kill den und dann kommst du und sterb selber ab ne dann komm ich bei dir vorbei ne den hättest du halt auch so gekriegt aber dann hast du dich halt weg hat er sich weggecharged und dann ich habe ja gesagt du sollst ihn töten ist man okay ich brauche immer Hilfe gut ähm geht ihr soll immer zu dir rüber kommen weil ich kriege jetzt hier schon wieder die beiden dann sind wir genug Leute Achtung der geht zu dir in den Jungle Mann ey ich hab grad übel schiss weil ich halt alleine bin und als Schütze ja sowas ist mies ne ne der wartet nur darauf nicht irgendwie nicht irgendwie irgendwie ist unsere Teamverteilung auch scheiße wer wo steht ja das ist wirklich nicht so gut aber wie willst du es Leuten auch sagen die die wir einmal gar nicht kennen ich meine mit den zwei Obonnenten die machen das ganz gut aber dieser Gideon der geht überall dahin wo man ihn eigentlich gar nicht braucht ja das stimmt ich kann hier längst nichts machen so gut verteidigen ich bleib noch mittig dann sehe ich schon mein Tod von hinten kommen alles klar Gideon kommt hin also Gideon kommt jetzt zu dir nice soll ich auch noch zu dir kommen oder reicht das ja das langt sonst auch erstmal wir sind zwei Fernkämpfer wir sind zwei Fernkämpfer ja danke das wenigstens mit einer kommt so Rampage hat einen Sniper Schuss enttups ja dann mische ich mich aus dem Lauf aus dem Lauf Lauf gut scheiße dich habe ich überhaupt nicht gesehen komm komm bitte so den habe ich oh 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 ja wohl diese Pläne Alter zurückziehen zurückziehen diese Pläne ist ihr müsst ihr weg ich habe Krux gerade richtig verarscht also ich habe mir ja hart den Arsch gesetzt ja ok ok also sorry wenn ich da jetzt nicht reingerannt bin aber das wäre Selbstmord gewesen denn ich muss jetzt hier verteidigen es muss immer einer da sein damit die nicht so in der Überzahl sind ah fuck alter ja komm ja er hat ihn getötet nice der Turm hat ihn getötet so ich brauche jetzt wirklich dringend Hilfe wir haben noch weh allein gegen 3 als Greystorm würde ich da reingehen aber nicht als Camember da Mine ok Rampage macht da die rechte Lange ganz alleine das finde ich echt gut Respekt an dieser Stelle aber das ist auch gut für uns aber der kriegt glaube ich gerade Besuch ich habe ihn gewarnt ja die sind schon bei ihm scheiße scheiße man spielt das ganze Gegner Team irgendwie zuerst oder was wenn ich durch den Jungle komme dann kann ich jeden Gegner eigentlich holen an sich nur sind die halt so viele fast immer alle auf einem Fleck der sich nichts machen kann ja eben die müssen ja irgendwie zusammenspielen das muss glaube ich ein ganzes Pre-Made Team sein oder ja also vielleicht ist das eine komplette Party oder ich weiß es nicht ja so gut wie die zusammenspielen das ist es sei denn die haben halt echt alle richtig Glück gehabt und richtig gute Team-App geben ja irgendwie so eine Mischung so ein Team hatten wir ja auch schon muss man ja sagen wo ich meine 23 Assists hatte das ist eine Video ne ich weiß nicht welcher Part das jetzt genau war aber ich glaube das war der wo du die First of Assists warst ja das ist die 5 Millionen Assists er stürzt sich immer so in die Kämpfe rein ne das ist nicht gut ja scheiße Achtung Leute Leute Rückzug das Ding ist eigentlich müsste ich mit irgendjemand die Position tauschen ich müsste eher auf der rechten Seite jetzt verteidigen da war ein Kämpfer am besten links durch denn als Schütze kann ich nichts machen da kommt einmal einer an und mit drei Schüssen bin ich weg mit drei Schüssen beziehungsweise drei Schläge ich bin einfach um Futsch fuck geht ihr uns weg scheiße ich brauche hier echt Hilfe jo NEIN WAS NEIN ALTER NICHT ALTER das nicht alter NE NE ich kann hier nichts machen tut mir so Leid weil ich würd das G works verteidigen boah und dann kommt der mit einem Leben davon oder so NE Oh, Alter, du tust mir gerade so scheiße leiden, ne? Einlegen. Wie ein Mini-Die-Lebsteiger einfach auf der Zeit. Ich wollte gerade feiern, du hast ihn gekillt. Nein, ne, scheiße. Da hole ich doch, ne? Unser Gideon hat gerade geschrieben, Noob Team. Auf jeden Fall, ey. Was spielt er denn? Ja, das sagt der, der die ganze Zeit spielt. Ein Tier, ey, was hält. Achtung, Rampage kommt. Mit Loob Team meinte er nur sich selbst, das war ein freundliches Selbstgespräch. Okay, so, töten wir noch Minions hier. Ja, ich stelle auch hin und wieder ein paar Falle auf hier. Gut, also ich gehe jetzt, Moment. Kann ich da helfen? Ich hätte gerne gehört. So, den habe ich geholt. Das war ein bisschen ungünstig. Ja, ich bin nur die Hilfe, genau, das wollte ich gar nicht schreiben. Ich gehe zurück zur Base, das wollte ich schreiben. So, ich gehe mal kurz die Mitte abchecken, denn da ist... Ich habe nämlich 12 Punkte, ich habe mich die ganze Zeit nicht geskillt, das habe ich irgendwie voll vergessen. Das war ein bisschen nach. Oh, mein Auge, ja. So, was machen wir denn jetzt, wir nehmen einfach mal den hier und gehen richtig auf Speed, so. Gut, ähm, ja, mit dich verteidigen würde ich sagen. Ja, nicht schlecht. Oder, was meinst du? Ich kann Hilfe gebrauchen, auf jeden Fall. Ja, also ich bin hinter dir direkt. Geh dir denn, der Obermaster ist natürlich auch am Start. Ich habe so Schiss, dass Krux mich hier gleich rauszieht, ne? Ja, du musst ein bisschen weiter zurückbleiben, lass mich lieber vor, ne? Weil, wenn ich sterbe, dann kannst du wenigstens so etwas machen. Ja, gut, aber ich kann nicht schießen, ich müsste nah rangehen und das wäre natürlich... Ja, du würdest aber, glaube ich, auch entkommen, weil du hältst halt viel mehr aus als ich. Ja, komm, Krux, 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 Krux. Nein, nicht gegen, warum kämpfst du gegen Minions? Achtung, jetzt holen wir dich. Einfachschuss hat gesessen. Ich darf nicht zu gierig sein, man muss aufpassen. Äh, Krux kommt aus dem Jungle. Achtung, hier kommt nämlich Krux. Genau das meint sich. Die wäre ich da jetzt hingegangen, dann wäre ich draufgegangen. Ja, ich auch. Also ich habe zwar Mummeln in den Eiern, aber in solchen Momenten muss man halt nachdenken. Aber der mit den meisten Mummeln in den Eiern ist immer noch gut schon. Oh ja. Er hat zerfunden. Wir müssen das Feuer auf Sparrow konzentrieren, die ist fast weg. Warte, da oben ist Murdoch. Komm, Vampage, wenn du kannst. Okay, Krux, ich werde mich gleich von oben anschleichen am Sparrow. Sicher? Da sind vier Gegner. Ja, da sind vier Gegner. Ja, ich weiß, die werde ich alle töten. Äh. Na scheiße, Stiel hat mich gesehen. Okay, der Plan ist schon was im Arsch. Ja, die Ulti war auch ein bisschen fehlgezündet. Er muss weg, er muss weg, er muss weg. Jetzt ist er nämlich wieder weg. Nein, ich wollte noch dazwischen gehen. Ich stand davor. Die Rollen, echt? Ja, wahrscheinlich hat er ihn irgendwie noch von der Seite erwischt oder so. Was ist GD denn eigentlich für einer, ey? Er schreibt Noob-Team und kriegt nichts hin. Oh, er holt wieder eine Minion. Ey, komm her, was willst du? Er schießt die ganze Zeit auf mich, ne? Tut so, als ob er richtig dir über King wäre. Ich krieg aber nichts geworden. So, guckst du, jetzt reden wir. Oh, ich wollte mich da gerade direkt teleporten. Klubschi, kannst du rüberkommen, oder? Äh, äh, wo bist du da? Ja, da benutzt du. Also, wenn die auf den Turm einklopfen, dann, äh... Oh, du hast ihn, du hast ihn fast, klar. Sprinter hinterher, wenn du kannst. Ja, ich bin schon dabei. Den kriegst du. Komm. Sprung. Sehr schön. Hab ihn. Gut gemacht, Mann. So, jetzt lass noch, äh, mitte gehen? Ja. Moment, die kommen in den Jungle. Stil zumindest. Ach, scheiße, er ging hart daneben. Nice. So, den hab ich. Gut. Jetzt muss ich das erstmal verbessern. Ich hab sieben Punkte, ist es okay, wenn ich mich kurz zurückziehe? Ja, klar. Oh, da fühlt jemand den Inhibitor haben. Ja, okay. Okay. Ich zieh mich doch nicht zurück. Ich helfe euch erstmal. Schnell. Einfach einmal dazwischenstellen, dass er dich schlägt, dann muss er weg. Ja, ich weiß. Alter, wie viel Leben hat Sparrow, bitte? Ah, der spielt ihn auf Tango oder was? Nein, geht hier. Das ist nicht schlau, das ist nicht schlau. Aber er hat seine Ulti gemacht. Sparrow kriegen wir. Und zusammen auf Rampage könnten wir ihn auch kriegen. Leute, okay, oder auch nicht. Ja, keine Chance, Alter, bei dem Sprung. Er spielt einfach zum Mond. Wahrscheinlich. Er spielt einfach direkt in seine Base. Ich brauche sich zieloporten. Ja, genau. Wie in diesem Video, what the fuck moments, wo er einfach mal oben auf den Jungs steht. Das ist so geil gewesen. Er steht einfach mal auf einmal da oben drauf und alle rennen unter ihn längst. Das ist auch überhaupt nicht übertrieben gewesen. Das war es ja auch noch. Das war ja vollkommen normal. Klar. Gut. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich habe keine Ahnung. Nach IG, genau. Okay, ähm, nee, jetzt war Spaß beiseite. Wir müssen gucken. Das sind die nicht, Achtung, da kommst du dir ja, ich glaube, du weißt es. Renne um dein Leben, Forrest, lauf. Schafft ihr, komm. Geh dir, ja, geh dir blockieren. Warte, hat jemand die Hauptkugel da an? Ja, kommt, lass uns dazwischen gehen. Ja, da brauche ich Hilfe. Ja, da brauche ich Hilfe. Alles klar, erstmal daneben snipen. Alles klar, erstmal daneben snipen. Stil kommt auch. Achtung, Stil ist da. Ja, Stil kommt auch. Ja, und Rampage greift einfach die Kugel an, ey. Wer ist denn mal mit den Gegnern? Alter, wer hält mich hier fest? Luchi, geh da weg, geh da weg. Vorsicht, Vorsicht, Leute. Oh, oh, ich werde sterben. Ah, fuck, Alter. Oder auch nicht, komm ich da vorn? Lauf, lauf, Junge. Gut. Lauf, lauf. Ich schnapp mir mal den. Sprinte, wie sonst was. Jetzt lauf, Junge. Ich lauf, weil sie kommen. Lauf, du. Ja, du bist ja sicher. Nein, der wirft den Stein. Gut. Alter, war das knapp. Ich bin halt Usain Bolt, ey. Ich bleib mal kurz bei dir, falls ihr hier reinkommen will. Alter. Wir müssen das jetzt verteidigen, ey. Sonst sind die für eine Zeit lang sowas von unantastbar. Ja. Alter, nicht jetzt, nicht jetzt, hier. Ja, das... Die haben den Orb der Bitches, hier. Das wird Attack von uns. Den Orb der Bitches. Das Ding ist, wenn ich gerade ankomme, dann ist er wahrscheinlich... Ey, der ist alleine, der ist alleine. Oh, nice. Hier ist nur Steel. Würde ich eigentlich sagen Attack, oder? Nee, noch nicht, er will uns weglob. Lass mal's. Ja, dann geh drauf, ich bleib hier. Ja, ich kann doch nicht alleine als man auch auf Sie gehen. Ja, natürlich kannst du das mal. Du benutzt wieder deinen Snipeshaut und den schießt du daneben. Das Problem ist halt... Dann guck, da wäre eine Falle gewesen. Da sind nämlich jetzt noch mehr. Jetzt bräuchten wir hier gehen, Scorch oder Fail, das wäre jetzt perfekt. Oder Gideon, der der Obermacker ist und alles daneben schießt. Oder ich, der daneben schießt. So? So, Leute, wir müssen jetzt echt aufpassen, wie wir das... Dreh dich um, Alter, hinter dir. Nicht einfach mich angucken. Ich weiß, ich bin still. Der ist im Jungle. Der kommt, der kommt. Ich geh mal wieder zurück. Nein, ich bin tot, ich bin tot. Ciao. Fuck. Ja gut, der eine Tod ist mir jetzt eigentlich egal, aber ich würde euch gerne helfen. Ah, scheiße, Alter. Outplay, Alter. Hast du das gesehen? Ja, das regt mich gerade ein bisschen auf. Komm, ihr schafft das. Drängt sie einfach mit allem zurück, was ihr habt. Auf keinsten. Wir werden da einfach verrecken. Nee, nee, gebt einfach auf. Einfach aufgeben, das hilft dem Gegner. Klubschieß, neid mal hier den anderen Mörder weg. Ach, komm. Du musst deine Salve ausspritzen, Mann. Oh, Stein. Ausgewichen. Ja, hier, schlag mich, schlag mich. Warum greift der Turm die nicht an? Nein, nein, dein Herz wird nicht genommen. Scheiße. Warum hat der Turm die nicht an? Ja, das habe ich auch oft. Das verstehe ich nicht. Verarsche? Nee, das ist wirklich so. Ich verstehe das nicht. Nee, also, dass du das schon verstehst, dass es mir... Äh, also nicht verstehe, das ist mir klar, aber... Äh... Das was du willst. Wir müssen jetzt aufpassen, die wollen uns überrennen. Und, äh, ich hasse es, weißt du, wir haben immer so ein Pech, was das angeht. Hau dir mal da weg. Fuck, Alter, jetzt haben die den Orb. Jetzt haben die den, äh, Tower zerstört. Ja, ich warte auf dich, Sparrow, hole ich mir gleich auf. Oh, okay. Ja. Das war's. Wie hat er denn seine Ulti abgebrochen? Hat er die selbst abgebrochen, oder was? Das wäre richtig dumm gewesen. Scheiße. So. Das wäre nicht schön gewesen, aber nein, egal. Ah, ich komme wieder zu euch hoch. Kluxi, pass auf. Ja, auf 40. Ja, ich will dich ja nur warnen, wenn ich weiß, wo die kommen. Ich brauche dann, damit mir drauf gehen. Also nicht sterben, sondern auch die Gegner. Aua, ich habe einen Stein am Kopf gekriegt. Oli, dir neid mir, er kommt rüber. Ja, scheiße. Fuck. Ja, Mörder kommt nicht hingehen. Ich glaube, das ist eine Liederlage. Erstmal. Achtung im Jungle, Leute, das wäre jetzt echt hart, wenn die einen da überrennen. Ja, scheiße, die sind bei ihm. Ich gehe mal kurz zurück zur Base, ich mache nochmal meinen Lebensraum besser. Jo. Versuch du, ihm mal zu helfen, bitte. Jetzt versuch's. Ich bin auch auf dem Weg. Oder ne, wenn so viele hingehen, dann gehe ich nicht, weil dann bin ich der, falls die noch jemand kommt. So, erstmal Sniper-Schlüsse ausgetauscht, jawohl. Er hat mich angesnipet, ich habe ihn angesnipet. Stell dir vor, die treffen sich in der Mitte, bündeln die Strahlen und so ein Nuke explodiert auch einmal. Das wär's doch. Ja, deswegen fällt mir das wahrscheinlich auch ein. So, hier kommen jetzt Rampage und Sparrow. Captain Jack Sparrow. Links haben wir auch Krux. Warum ist der Humlo und alle? Alter, ich habe mich wohl erschrocken. Ach, du gehst zurück. Meinst du mich? Nee, dich meine ich nicht. Ich könnte hier aber Hilfe gebrauchen, ehrlich gesagt. Oh, danke, Alter. Jo, der ist weg. Zurück, Klubschi. Klubschi, wir brauchen hier Hilfe. Komm mal zurück. Scheiße auf den Tower, wir müssen den Camp verteidigen. Wir haben schon genug mit den Super-Mutanten zu kämpfen, die alle, ich sag schon wieder Super-Mutanten. Super-Hunter-Tan, Super-Minute. Klubschi, ich brauch Hilfe. Da ist jemand groß. Ja, ich bin weg, ich bin weg. Ach, schade. Mine. Vorsicht. Nicht draufgehen jetzt, kommt ihr sch... Nein, wieso kommt ihr so viele, ey? Wir sind einfach mal alle weg. Nein, wir verloren. Was ist das denn machen, wir haben keinen... Fuck, Alter. Vitor, ja, von überall, Super-Untertan. Ja, da konnten wir echt nichts machen. Aber GG natürlich in Gideon. Noob-Team. Oh Mann, er ist dasselbe, er ist selber das Noob-Team, was will der eigentlich? Okay, Nightmare und Marvel-Bull haben beide Noob-Kills. Man guckt euch an, wie gut Gideon war und er hat geschrieben Noob-Team, also Respekt an dieser Stelle. Wir sagen dann auf jeden Fall mal danke fürs Zugucken, danke natürlich auch an die beiden Abonnenten, die mitgespielt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder wenn ihr selbst mal mitspielen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns. Klubschi, was willst du noch sagen? Okay, das war's, ich bin raus.